Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jedes Mal, wenn wir im Leben auf der Suche nach dem Großen auf das Glück im Kleinen stoßen, ist Weihnachten. Jedes Mal, wenn wir uns auf das besinnen, was uns wirklich wichtig ist und inmitten von Not und Ungerechtigkeit etwas vom eigenen Glück weitergeben, ist auch Weihnachten. Es ist Weihnachten, wenn wir neue Zuversicht schöpfen und mit frischem Mut vorangehen. Und es ist Weihnachten, wenn wir mit unseren Familien und mit unseren Freunden Lichter anzünden und das Zusammensein genießen. Und trotz der vielen Anstrengungen und Entbehrungen in diesem herausfordernden Jahr sind das doch die Dinge, die sich trotz der Pandemie nicht geändert haben. Natürlich werden wir viele liebgewonnene Traditionen und kirchliche Bräuche, welche uns sonst als selbstverständlich erscheinen, in diesem Jahr nicht in gewohnter Art und Weise gestalten können. Das Coronavirus ist wahrhaftig kein Segen. Und doch ist es ein Ereignis, das ausnahmslos jeder auf der Welt teilt. Wie dieses Virus die Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander wachgerufen hat, das beeindruckt mich sehr. Und es macht mich glücklich, dass die Zahl derer, die diese Zeit gemeinsam zum Besseren gestalten, weit größer ist als diejenige derer, die sich rücksichtslos verhalten und Regeln verspotten. Sie alle manövrieren uns schon das ganze Jahr durch diese schwere Krise. Mit Ihrer Unterstützung, mit Ihrer Vernunft und mit Ihrem Verantwortungsgefühl. Ihnen allen möchte ich meine Hochachtung und meine tief empfundene Dankbarkeit aussprechen. Ich bin stolz und dankbar, in einem Land zu leben, in dem wir gemeinsam die Dinge immer wieder zum Besseren wenden. Im Namen des Hessischen Landtags und auch ganz persönlich wünsche ich Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten und erholsame Feiertage.